Hallo meine lieben YouTube-Freunde. Ich gönne mir mal ein Zigarettchen beim Feuer, weil man spürt den Herbst langsam. Man war ja das sagen, also ist schon ganz schön frisch geworden. Da ich so viel Altpapier habe, nutze ich das gerade und zwärmen mich mal ein bisschen auf. Solange die Oma schläft, kann sie nicht meckern. Die kommt immer mit der Gießkanne angeraten und will löschen. Die meint ja gut, aber naja, nutze ich jetzt gerade mal ihr Nickerchen. Okay, schönen Tag noch, macht's gut, ciao.